In Berlin begrüße ich ganz herzlich von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik den USA-Experten Josef Brame. Schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend, Herr Koltz. Herr Brame, wir haben uns nun wirklich schon oft über Donald Trump unterhalten. Nach diesen letzten zwei Tagen und vor dem morgigen. Wie berechenbar ist der US-Präsident? Es war berechenbar, dass er auch diesen Gipfel stören würde. Es war überhaupt überraschend, dass er anreiste. Er hat es dann auch deutlich gemacht. Er kam später und ist dafür wieder früher gefahren. Trump sieht in der Diplomatie nur Zeitverschwendung. Er denkt in anderen Kategorien. Aber kann er das? Die G7 sind ja nun nicht wirklich unbedeutend, auch für die US-Wirtschaft. Selbst die Andröhung von Strafzöllen ändert ja nichts daran, dass täglich gehandelt wird. Er kann doch gar nicht auf die verzichten. Trump will genau diese Ordnung zerstören, weil er denkt, und das müssen wir ernst nehmen, dass er dabei gewinnen kann. Er meint, dass die bestehende Restordnung, die liberale, regelbasierte Restordnung, ja, Rivalen wie China und auch Europa helfen, wenn er sie zerstört. So meint er, kann Amerika gewinnen auf Kosten aller anderen. Er meint, er sitzt am längeren Hebel. Dies am längeren Hebel sitzen ist ja immer relativ. Aus seiner eigenen Regierung, aus den Parteien, aus der Industrie in den Vereinigten Staaten wird er immer wieder davor gewarnt, dieses zu tun. Welches Ziel, glauben Sie, hat er ganz am Ende? Weil wirtschaftlich wird es den Amerikanern danach ja nicht wirklich besser gehen. Sie hoffen immer noch, dass er nur taktiert. Dieser Hoffnung würde ich mich nicht hingeben. Viele hoffen ja auch, die Partei würde ihn einhegen, haben aber übersehen, dass Trump an beiden Parteien vorbei ins Weiße Haus gekommen ist. Er hat in seiner Amtsantrittsrede bei den Parteien schallende Ohrfeigen verpasst und hat an seine Bewegung geredet und hat gesagt, die Tage sind gezählt, an denen hier die Eliten auf eure Kosten das amerikanische Volk verraten. Und von nun an Geld der America First, nur amerikanische Güter kaufen und amerikanische Arbeiter einstellen, das sollten wir sehr ernst nehmen. Das müssen wir ohne Frage, ist ja nun schon etwas mehr als ein Jahr im Amt. Drehen wir es um, was sollten die Europäer jetzt tun? Ist Kanada jetzt der große Partner in Nordamerika? Ja, wir hatten jetzt diese Schnapsidee unsererseits zurückzuschlagen auf Bourbon Whisky, weil wir damit Mitch McConnell, den Mehrheitsführer im Senat, treffen könnten, der dann wiederum Trump über die Partei einhegen sollte. Aber das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wenn wir hier mehr zu verlieren haben, vor allem wir hier in Deutschland, sollten wir uns auf dieses Bourbon-Spiel nicht einlassen, sondern Kühlereinkopf bewahren und an das denken, wo wir wirklich einen Hebel haben. Und das sind unsere Währungsreserven. Wenn Trump unsere Güter nicht mehr haben will, dann will er das Geld auch nicht mehr haben, das wir dadurch erwirtschaften. Wir haben ja bislang den Amerikanern über Jahrzehnte unsere Reserven, unsere Ersparnisse gegeben und haben dafür manchmal auch in die Röhre gesehen. Wir haben allein 1.000 Milliarden verloren, 2, 7, 2, 8. Vielleicht hilft uns Trump jetzt, vernünftiger zu werden, beim nächsten Mal nicht allzu viel zu verlieren. Trotzdem bleibt die Frage, Deutschland ist ja nicht allein. Es gibt andere europäische Partner, wie beispielsweise die Franzosen, die gar nicht so ein großes Interesse oder so große Verluste durch mögliche Schwierigkeiten beim Handel hinnehmen müssten. Wie kriegen wir die Europäer dann zumindest an einen Tisch, um deutsche Interessen mitzuverfolgen? Denken Sie nur an die Italiener, die nun wirklich momentan zumindest ein extrem geringfügiges Interesse daran haben, mit einer europäischen Stimme zu sprechen. Da sprechen Sie das Problem an. Wir haben ja zusammen Macrons Rede vor dem Kongress begleitet. Und da war schon deutlich, dass im Vorgeplänkel Macron sich schon auf die Seite Trumps ziehen hat lassen, dass er eben Deutschland hier auch mit angeschwärzt hat. Mit der europäischen Einheit ist das so eine Sache. Auf der einen Seite spielt Macron hier Trumps Spiel mit, auch was die Iran-Frage angeht. Da dürfen wir dann auch harte Sanktionen, vor allem auch gegen deutsche Firmen, erwarten. Andererseits hat Macron begriffen, dass Europa jetzt aufgestellt werden muss. Und ich glaube, dieser besseren Seite Macrons sollten wir folgen, hier Europa ähnlich zur politischen und auch militärisch handlungsfähigen Union zu führen. Ich danke für die klaren Worte. Josef Brame von der DGAP in Berlin.